Fantastisch! Ich kann nicht bleiben, nach denen ich gefragt hatte, damit ich das gescheit finden kann. Und wir sammeln erstmal eben alles ein. Mal eben kurz einen kleinen Überblick gewinnen hier, was so abgeht. Über 100 Nachrichten schon wieder. Wie sieht es denn bei der OP aus? Ich starte sofort mit den Besuchen. Ich muss allerdings noch kurz in der OP angreifen. Ne, den habe ich schon gemacht, bin nicht doof. Aber ich wollte eventuell mal kurz gucken, ob ich einmal so angreife. Ich will nämlich dann momentan mal eben dabei, diese ganzen kleinen Kackdörfer zu entfernen. Obwohl, dann könnte ich das nämlich mal eben machen. Ich weiß, Doktor Terror ist auch da, den werde ich aber später... Oder komm, wir machen eben einen auf Doktor Terror. Und starten dann mit dem Besuchen. So. Ich sollte nämlich noch versuchen, die Verteidigung komplett mit Kanonenboot zu zerstören. Das ist eigentlich kein Problem. Ich habe das aber auch schon ein paar Mal gemacht. Irgendwie hat er mir das vorgeschlagen. Können wir mal gucken, wie weit wir noch kommen. Wenn wir jetzt das hier noch aufs Hauptquartier hauen. Aber so weit schafft man es da nicht. Ähm. Aber, okay. Also jetzt machen wir eben schnell den und starten dann mit dem Besuchen. Dann geht es los direkt. So. Das Problem ist nämlich bei den Besuchen. Ich kann mir immer ein paar raussuchen unter den Kommentaren. Aber ich muss dann... Also ich sehe, ich habe da jetzt quasi eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Äh. Habe ich auf dem zweiten Bildschirm. Alle anderen müsste ich da... Dann müsste ich da scrollen. Und dann springt der aus der Aufnahme raus. Äh. Okay. Machen wir das jetzt erstmal nicht. Ich muss mal ganz kurz einmal husten. Und dann melden wir uns wieder sofort. Ich bin mal ganz kurz etwas ruhig. So, jetzt geht es los. Wir starten mit Besuchen. Ach, wir wurden übrigens mal wieder geplündert. Ähm. Wir werden hier ständig geplündert irgendwie momentan. Das ist ein bisschen scheiße. Aber gut. Müssen wir mal schauen. Also wir starten... Wie komme ich denn jetzt nochmal da hin? Ja geil. Suchen. Es geht los. Raute. V. G. P. Vor allem Raute. V. G. P. P. 9. Äh. P. 9. Äh. Suchen. Das müsste der... Klar. Das Kommando SSL sein. Genau. 10 Mitglieder. Und der Name ist Leon, der besucht werden möchte. Der Anführer. Daher guck. Den besuchen wir. Level 39, wenn ich das richtig sehe. Das ist bei mir wieder hinter der Frapszahl verborgen. 331 Siegespunkte und alles hier hinten in die Ecke gebanzt. Aber ich muss sagen, ähm. Solche Dörfer greife ich immer ungern an, weil es immer ziemliches Chaos gibt. Das scheint eigentlich auch, oder beziehungsweise die ganz starken Dörfer sehen irgendwann auch alle so aus. Von daher scheint das so die finale Taktik zu sein, um sein Dorf irgendwann wirklich zu schützen. Das heißt, äh. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch mal sowas bauen. Aber ich finde das sieht irgendwie immer so doof aus. Also nichts gegen dich jetzt. Aber ich finde das halt sieht halt nicht schön aus. Das sieht aus wie so ein Haufen der da hingeklatscht ist. Und, naja. Aber okay. Ist wahrscheinlich am wirksamsten einfach, um nicht geplündert zu werden. So wie es uns momentan ständig passiert. Krieger fehlen noch. Vielleicht ist das Kanonenboot gerade im Ausbau. Ne, das Kanonenboot. Landungsboot. Level 11. Level 11. Level 12. Level 11. Okay, da sind wir schon ein bisschen weiter mit den Landungsbooten. Er hat wahrscheinlich die Verteidigung dafür eine Nummer höher. Aber okay. Steck sie nicht drin. Oder kann ja jeder auch machen wie er gerne möchte. Er muss ja auch keine Videos aufnehmen und dafür coole Angriffe haben. Deswegen braucht er vielleicht nicht unbedingt die guten, die guten Angriffstruppen. Vielleicht reicht es dann, wenn man weniger geplündert wird. Ähm. Jetzt muss ich was tun, was ich ganz ungern tue. Äh. Ihr werdet vielleicht gleich sehen warum. 22. P. O. O. U. Äh. Warum schreibt er denn jetzt nicht? P. Hallo. Schreibt doch mal. P. Ich kann nicht schreiben. P. O. U. B. Hm. Was war das denn jetzt wohl wieder? Ah. Und die 22 fehlt. 1. 2. 3. 4. 5. 22. Ach. Das geht wieder nicht. Das geht wieder nicht. Alter. Warum geht das denn jetzt nicht? Was ist denn hier los? 22. 22. 22. Hallo. Schreib doch jetzt die 22 dahin. So. P. O. U. Ne. P. O. O. Sorry, dass das grad ein bisschen dauert. Aber irgendwas stimmt hier schon wieder nicht mit Bluestacks. 22. P. O. U. B. 22. Jetzt hat da jemand sein Einsatzkommando falsch hingeschrieben. Das ist natürlich clever. Oder waren das vielleicht Nullen? Ich teste das mal. 22. P. Null. Null. U. B. Suchen. Nein. Gibt's auch nicht. Raute. 22. P. O. O. U. B. Ja gut. Ich werde da nicht jetzt nach suchen, weil das Einsatzkommando heißt nämlich FC Bayern. Ähm. Da wird's wahrscheinlich 100 Stück geben. Wir können ja einmal tippen was ein. FC. Bayern. Suchen. Gut. Da gibt's eine Million Stück. Und Mitglieder wäre 50 von 50. Vielleicht sind wir ja eins. Kommandopunkte 1593. Hm. Das können ja erstmal nur ein paar mehr geworden sein. Ne? Ne? Wie heißt er? Erik. Wenn jetzt hier ein Erik bei ist, hat er Glück gehabt. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. So. Doch, hier ist er. Guck. Ah, das ist aber schweigen gehabt Junge. Aber müssen wir uns das Kürze gleich nochmal angucken. Was ist das? Level 24. Ja gut. Schauen. Kleines süßes Dörfchen für Level 24. Ähm. Gut. Ich wollte ja eh nicht groß bewerten. Ich wollte ja besuchen. Haben wir dann hier mit abgegolten. Aber ich will jetzt nochmal gucken. Ich will mal ganz kurz nochmal. FC. Das Klangkürzel angucken. Warum ich das nicht gefunden habe. Das war jetzt die mit 1800, ne? Ja. War das? P. Ja, du Seppel. Du hast deinen Klangkürzel falsch abgeschrieben. Das ist eine Acht und keine Null. Äh, kein B. Du hast P-O-U-U-B geschrieben. Und das ist eine Acht. Naja. Egal. Wir haben es ja gefunden. Hast du Glück gehabt. So. Nächstes wäre dann. Also müsst ihr euch schon ein bisschen konzentrieren. Wenn ihr mal eben die 5 Buchstaben abschreiben müsst. Y. J. R. Y. 9. J. Y. So. Deutsche Elite. Name ist Sir Daniel. Anführer. Besuchen. Ja. Was ist denn das? Level 21. Auch noch nicht so hoch. Aber auch ein kleines feines Dörfchen. Er hat das eigentlich ganz clever gemacht die Minen hier hinten hin zu setzen. Ähm. Wupp. Ah. Weggezoomt. Ja. So. Auf jeden Fall. Sieht das auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Er hat. Schützentürme Level 8. Kanonenboot. Landungsboote Level 5. Klar ist es noch relativ low. Wo. Aber okay. Das wird noch alles kommen. Ansonsten auch ganz schick. So. Gehen wir zum nächsten. Äh. Äh. Raute. C. P. G. U. Null. C. U. P. G. U. Null. Jetzt läuft's doch. Ja. Black Heroes. Mitglieder 50. Name. Luzi. Wo ist die Luzi? Da ist die Luzi. Anführer. Irgendwie besuchen sich hier nur die Anführer. 325 Level 40. Endlich mal wieder jemand der ein bisschen höher ist. Muss wir ganz kurz einen Schluck trinken. Ah. Schluckchen Kaffee. So. Ähm. Wo ist denn das Hauptquartier? Ach da hinten. So habe ich das auch noch nicht gesehen vom Layout her. Das ist auch noch eine interessante Möglichkeit sich. Einen Weg zu verschaffen. Äh. Nicht so angegriffen zu werden. Ich glaube das ist ein ganz cleveres Design eigentlich. Weil egal wo man wenn man hier links her läuft. Man rennt hier permanent an der Verteidigung vorbei. Die überall mit rein reicht. Und hier rechts auch. Ja gut hier vorne die Punkte die. Also hier diese Punkte die kriegt man dann geschenkt. Aber gut. Ansonsten sobald man hier aufläuft. Kommt man in den Bereich hier rein. Das Maschinenwerk. Okay. Mörser. Aber wenn man dann hier rüber kommt. Dann äh. Ja. Läuft man schon da ganz gut rein. Allerdings. Ich weiß nicht. Wenn man sich vielleicht hier hinten. Wenn man es. Wenn man es schafft hier links durchzukommen. So hier. Bam 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 bam. Dann gibt es einen Weg. Weil dann hat man den Mörser. Den Mörser. Den kann man quasi ignorieren. Hier die beiden Maschinengewehre. Und den Mörser. Ja gut. Den kannst du nicht ignorieren. Aber die beiden Maschinengewehre kannst du ignorieren. Ähm. Ja. Könnte eine Möglichkeit sein. Aber ist auch okay. Wir wollen ja nicht großartig hier. Kritik üben. Und. Der nächste Taskforce Name. Mobile Fanboy. Ja gut. Äh. Wir gehen nach dem Kürzel. Da gibt es wahrscheinlich sonst auch wieder acht Stück. Äh. Ähm. Acht. Nein. Acht. Die andere acht. Acht. Null. Acht. J. U. Acht. Ist das eigentlich. Dass die so ähnliche Buchstaben und Zahlen immer drin haben. Zufall. 1600. Kommandopunkte. Name. Der Boss. So. Wo ist er? Da ist er. 191 Siegespunkte. Level 29. Auch noch relativ. Tief. Relativ tief. Irgendwie brauche ich da mal ein anderes Wort für. Ähm. Hauptquartier relativ mittig. Und Verteidigung. Ums Hauptquartier. Und Häuser einfach drumherum. Braucht man auch nicht. Könnte man vielleicht von hinten. Wenn man hier dran herkommt. Naja. Ich würde fast sagen von hinten ist das noch besser gesichert. Durch die beiden Mörser hier. Die Kanone ist relativ sinnfrei. Die würde ich definitiv woanders hinstellen. Weil die bringt da irgendwie gar nichts. Außer wenn jetzt einer wirklich sich hier ein paar Punkte holt. Dann ist die Kanone aber auch schnell zerstört. Die würde ich vielleicht hier. Hier so. Dazwischen stellen hier. Aber gut. Wir wollen ja nicht. Bewerten. Wir wollen ja nur besuchen. Das hätten wir damit jetzt getan. Und die erste Besuchsfolge ist dabei vorbei. Es wird gleich direkt noch eine geben. Im Anschluss. Ich werde die relativ zeitnah nacheinander hochladen. Damit wir das abgearbeitet haben. Ich bedanke mich schon mal fürs zugucken. Wir sehen uns nachher wieder. Geht noch mal um wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr besucht werden wollt. Haut es drunter. Ich werde sicher nochmal welche machen. Bis dahin. Machts gut und tschüss. Bis dahin. Bis dahin.